Willkommen hier zum Baumenter-Kanal. Heute haben wir das spannende Thema, einmal wie kann ich die Lakowski-Spule richtig anlegen, weil da hatte ich nochmal tausend Nachfragen und ja, es ist komplex, deswegen kann man nicht einfach sagen, so macht man es und dann ist es bei allen so, sondern es gibt da bestimmte Ausnahmen, ich habe das glaube ich schon erwähnt. Und ja, jetzt werde ich halt die Geschichte nochmal so anschuldet, dass eigentlich auch jeder versteht. Es geht darum, wenn ich die Lakowski-Spule anlege, dann gibt es ja ein Plus- oder ein Minuspol und warum Plus, warum Minus, wo muss es hin, erklär mir das mal bitte. Und ich habe hier meinen Freund, den habe ich mal bei Lidschau und Pracht, als ich die Ausbildung mal gemacht habe, das Wochenendseminar, haben die hier sowas verteilt dann und haben wir dann die Osteopunkte da schön mit uns da angeguckt und hin und her und im Grunde genommen kann man sehr schön hier erklären. Das heißt, wir haben mehrere Prohlungen an dem Körper und unsere, wir gehen jetzt immer von Rechtshänder aus, weil das ist beim Linkshänder dann teilweise andersrum. Das heißt, wir haben, die rechte Hand ist beim Rechtshänder Plus, also diese hier. Die linke Hand ist beim Rechtshänder Minus. Beim Linkshänder ist es genau andersrum. Da ist das hier Plus, linke Hand ist Plus und die rechte Hand ist Minus. Ja, entsprechend müsst ihr das, was ich euch jetzt erzähle, dann entsprechend anders anwenden. Wenn ich jetzt so eine Lakowski-Spule zum Beispiel um den Arm trage. Die meisten machen instinktiv die Lakowski-Spule auf den linken Arm. Das bedeutet, weil diese Hand jetzt hier links ist, ich muss das mal so zeigen, diese Hand ist jetzt links und damit Minus, muss Minus auch nach unten zeigen und Plus zum Körper in der Wand. Auf der anderen Seite muss es genau andersrum sein. Ja, weil hier ist Plus und wenn wir jetzt hier Minus machen, wie auf der anderen Seite, dann haben wir eine Diskrepanz. Das stört quasi das innere Gefüge und das geht natürlich gar nicht, weil wir brauchen ja die Harmonie aus der Polung. Die soll im Grunde genommen, so wie der Körper das entsprechend vorgesehen hat, soll das auch dann umgesetzt werden. Also wir müssen nochmal kurz zum Verständnis. Die rechte Hand ist beim Rechtshänder Plus, der rechte Fuß ist Minus, der linke Fuß ist Plus, die linke Hand ist Minus. Ja, und wenn wir jetzt weiter oben hingehen, dann haben wir hier in diesem Zentrum haben wir einen großen Pluspol, der Steis ist Minus und der Kopf ist bei Mann und Frau, wenn es keine Störung gibt, Plus. Ja, oder entsprechend legen wir uns mit dem Plusgepolten Kopf nach Norden, weil dort ist Minus und dann gibt es nicht diese Differenzen. Auch hier haben wir dasselbe wie bei Magneten. Wenn wir hier zwei Magneten nehmen, die Plus und Plus aufeinander kommen, dann gehen die einfach nicht zusammen. So, Nord und Süd hingegen haften da. Das ist dasselbe bei der Polung von jeder Zelle, von jedem Körper, das heißt, ob wir jetzt Finger haben, da muss es immer diesen Gegensatz geben zwischen Plus und Minus und nicht Plus und Plus aufeinander oder Minus und Minus auseinander. Das heißt, wenn wir so eine Spule haben, ja, ich mach das mal hier deutlich, ich hab mir mal so fast vorbereitet, biege jetzt einfach mal so eine Spule, zack, Makoski mäßig und jetzt hab ich das so vorbereitet, ähm, die kommt jetzt auf, da wo sie, da wo sie aufgeschlagen ist, haben wir die Plusseite. Also, wenn ich, im Grunde genommen, liegt die jetzt so, ja, wenn ich die jetzt so auf der linken Seite aufziehen möchte, muss ich die umdrehen und entsprechend Plus zum Körper, Minus zeigt nach unten, weil die Hand ist auch Minus, ja, das muss harmonisch, dann so. Also, mach ich's auf der anderen Seite, muss ich's umdrehen, ja, denn die Hand ist Plus und dann, äh, sollte quasi die, die, die Polung auch in diese Richtung gehen. Hier sitzt nicht Plus und Plus aufeinander, sondern dieses, diese, ähm, diese Spule, ja, also dieser Ring, der sortiert alles darunter in Plus und Minus. Und je nachdem, wie rum ich das habe, wird Plus nach oben ausgerichtet oder Plus nach unten. Weil ich natürlich einen Arm habe, der Plus ist und ich hänge sozusagen das andersrum rauf, dann kommt hier was durcheinander, dann ist es gegen die natürliche Ordnung. Also, das ist einfach das Spiel. Und was man jetzt rausfindet, wenn ich tendenziell Linkshänder bin, dann weiß ich, okay, meine linke Hand ist zum Beispiel dann Plus gepolt, also muss ich Plus zur Hand zeigen lassen und Minus zum Körper, ja. Ich weiß als Linkshänder, okay, meine Hand ist, ähm, meine rechte Hand ist links gepolt, ja, dann muss ich das entsprechend Minus zur Hand Plus zum Körper. Damit habe ich eigentlich alles, äh, erklärt, worum es geht. Dasselbe haben wir natürlich, wenn wir den als Gürtel nehmen, das heißt, hier in dem Bereich würde er sein, Plus muss nach oben zeigen von den Gürtel. Auch hier können wir das durch einfaches Eil schlagen, können wir die Polung bestimmen, drehen es rum und dann ist das so, wie es hier seht, Plus zeigt nach oben, Minus nach unten, ne. Am Hals tragen wir Plus nach oben, ne, je nachdem nimmt er natürlich eine kleinere Spule oder eine größere, je nachdem, was er da vor euch hat. Aber das ist das Spiel, ja, wenn ihr das verstanden habt. Wenn wir jetzt hier die Füße nehmen, gleiches Spiel, man kann auch um die Fußgelenke sozusagen, äh, die Lakowski Spule tragen. Hier nehmt ihr dann halt, äh, beim linken Fuß, der Minus gepolt ist, muss Minus nach unten, beim Rechthänder. Äh, auf der anderen Seite ist der, habe ich jetzt nichts gesagt, also jedenfalls der rechte Fuß ist Minus gepolt, also mache ich das so rauf. Der linke Fuß ist Plus gepolt, also muss ich es halt entsprechend umdrehen und so tragen, ja. Und wie gesagt, die Polung, äh, die kann man messen mit dem Pendel, aber man kann sie halt natürlich auch entsprechend, äh, erzwingen, indem ich halt mir diese Schlaufe mache, ja, Lakowski Spule. Meistens, wenn ich die jetzt nämlich aufkommen lasse, dann habe ich folgendes Phänomen, die hüpft hoch und landet irgendwie. Deswegen mache ich das immer so, dass ich die nach unten bringe und den Finger auf den Tisch halte, sodass die sich nicht umdrehen kann, weil der Finger verhindert das Verdrehen. Und dann weiß ich, okay, die Seite, die aufgekommen ist, das ist unsere Plusseite, in dem Fall so. Und wenn ich, je nachdem, wie ich sie anwende, muss ich sie umdrehen oder so lassen. Das ist eigentlich das ganze Spiel. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Das war für alle die, die gesagt haben, oh, Lakowski Spule, das ist jetzt komplex, denn nur der. Wie gesagt, äh, dazu muss man sich mal mit der Pluralisation beschäftigen am Körper. Hier wechselt immer Plus und Minus ab. Das heißt, äh, es gibt keine zwei Hände bei einem gesunden Menschen, die beide Plus sind oder beide Minus. Das soll es geben, aber das zeigt eine tiefe innere Störung. Die passiert unter anderem, weil, wenn der Körper Stress kriegt, ähm, dann schottet er energetisch bestimmte Teile des Körpers ab. Die spielen im Gesamtkörpersystem dann, äh, keine energetische Rolle mehr. Die werden quasi als Einzelteil rausgenommen, äh, sind immer noch am Körper, werden immer noch mit Blut versorgt. Das ist nicht die Frage. Nur, äh, hier, jede Zelle hat normalerweise, äh, potenziert die Gesamtenergiefeinstofflich des gesamten Körpers. Und wenn ich die ganzen Zellen aus dem Arm, zum Beispiel aus dem Körper rausnehme, hat der Körper insgesamt weniger feinstoffliche, äh, Energie. Das ist Problem von diesen Alterskrankheiten, dass im Laufe der Zeit immer mehr Systeme aus, äh, aus dem Gesamtsystem isoliert werden, einzeln dastehen, werden immer noch versorgt, tragen aber nicht dazu bei, dass der Körper genug Energie hat, ja. Äh, äh, das sollte man wissen dabei. Jetzt kommen wir zu einem weiteren fantastischen Thema. Ich bin draufgekommen, weil ihr alle kennt das vielleicht, dass ihr ein Stück, äh, wir kriegen gerade Besuch hier, äh, dass ihr zum Beispiel ein Stück, äh, Eisendraht nehmt und ihr streicht mit einem Magneten von der Nordseite auf den Eisendraht und damit magnetisiert ihr die. Na, jetzt, äh, jetzt, äh, wissen die wenigsten, dass man nicht nur Metalle magnetisieren kann, sondern man kann auch jegliche andere Stoffe, äh, sozusagen mit einem Magneten beeinflussen. Das ist in dem Fall dann kein Magnetisieren, weil hier wird dann kein Metall dran haften, kein Eisen oder so, aber sie verändern die Eigenschaften. Welche Eigenschaften können das sein? Ich kann an einem, äh, an einem Blatt, auch wie bei Menschen, habe ich die Möglichkeit, hier verschiedene Pole plus, minus, plus, minus, sozusagen, äh, zu orten. Und ich kann das jetzt mal machen, ich, ich teste jetzt einfach mal diesen Punkt hier und frage ab, äh, okay, ist das jetzt ein, mal kurz zurückkommen lassen, ist das jetzt ein, ist der jetzt minus? Er sagt, ja. Ist der plus? Ja, ist der minus? Und dann haben wir Gegenfrage, ja. Das heißt, ich habe jetzt hier plus und hier habe ich minus. Jetzt kann ich mir einfach einen Magneten nehmen und da das hier plus ist, äh, muss ich mit der Südseite, von Magneten, zu diesem Punkt hin streichen. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Mal, jetzt gucken wir mal, was mit der Polarisierung passiert ist. Ähm, ist der jetzt ein plus? Ist der jetzt minus? Ne? Also er ist eindeutig jetzt minus. Damit sind die anderen komplett alle umgewandelt. Der ist plus, der ist minus, der ist plus und der ist auch wieder minus. Wenn ich jetzt aber mit der Nordseite, jetzt haben wir hier minus, wieder raufgehe und einmal lang ziehe, habe ich die Polung wieder verändert. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal rauf und frage, ist dieser Punkt minus? Eindeutiges nein, ist dieser Punkt plus? Ja, also, ihr seht, mit so einem Magneten können wir quasi jeden Stoff in seiner Polarisation ändern. Das können wir auch mit diesen Ringen machen. Ja, je nachdem, welche Seite wir nehmen. Wenn wir die Nordseite nehmen und zu einer Ecke fahren, ist die Seite, zu der wir hingefahren sind, plus. Nehmen wir die Südseite, ist die Seite, wo wir hingefahren sind, minus. Also so einfach muss man es sagen. Ich weiß, es ist komplex, aber anders kann ich es erstmal nicht erklären. Ja? Das hat jetzt aber ganz konkrete Folgen. Weil jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir zum Anfang gesagt haben. Als Rechtshänder ist meine Hand plus. Ja? Und jetzt guckt mal, was ich anhabe. Ich habe ein Kleidungsstück an. Und ich bin in der Lage, meine Kleidung zu energetisieren. Und das nicht zu machen, ist eigentlich gefährlich, weil wenn sie andersherum energetisiert ist, das heißt, energetisieren ist erstmal das falsche Wort, sondern gepolt ist, dann habe ich ein gesundheitliches Problem. Brenne ich damit länger rum, habe ich ein richtiges Problem. Also folgendes. Ich nehme mir, das ist meine Plusseite. Ich habe gesagt, wenn ich mit Norden zu den Enden streiche, wird die Seite plus. Das heißt, ich versuche jetzt, das, was ich anhabe, so zu polen, dass es meiner Polung an Hand, an den Händen zum Beispiel und am Körper entspricht. Mit anderen Worten mache ich Folgendes. Ich streiche jetzt einfach mit den Magneten in verschiedenen Bahnen. Das heißt, wenn ihr einen größeren Magneten nehmt, ich würde immer Feritmagneten nehmen, dann streiche ich dir einfach mit der Nordseite zur Plus gepolten Hand. So, das reicht schon. Jetzt nehmt ihr die Südseite, das ist nämlich die andere Seite und macht die links gepolte Hand, reicht es ihr entgegen. So, damit habt ihr jetzt hier Minus gepolt, also die Polung bestätigt, die da ist. Und hier habt ihr Plus gepolt, die Polung hier steht. Beim Körper haben wir es so, dass nach oben Plus zeigt. Und deswegen nehmen wir unsere Nordmagneten, streichen den etwa von Gürtelhöhe, Bauchnabelhöhe und gehen einfach hier ganz entspannt hoch. Das muss nicht doll sein, das muss kein Druck sein. Hier reicht der Magnet und wir haben jetzt unsere Kleidung magnetisiert. Dasselbe könnt ihr mit eurer Hose machen. Denkt daran, beim Rechtshänder ist das rechte Bein sozusagen, also hier der rechte Fuß, ist links gepolt. Das heißt, ihr müsst mit der Südseite des Magnetens hier runtergreifen. Und auf dem linken Bein, von vorne gesehen, müsst ihr mit der Nordseite runter machen. Damit polt ihr eure Hose, euer Pullover, das könnt ihr mit der Jacke machen. Das könnt ihr aber auch mit euren Strümpfen machen. Das heißt, der linke Strümpf wird mit der Nordseite zu den Zehenspitzen hin bestrichen. Ganz vorsichtig, also müsst ihr das jetzt nicht drücken, das müsst ihr nicht bügeln oder so. Und die rechte Seite wird mit der Südseite bestrichen, weil der ist ja Minus. Wie gesagt, Linkshänder genau andersrum. Ich muss es jetzt nicht ständig erzählen, ich habe es ja einmal erklärt, das werdet ihr mitkriegen. Weil wir haben das tatsächlich festgestellt, wenn Leute, wenn Seminare zu uns gekommen sind, wir haben die Polung überprüft, wenn sie Linkshänder waren, war die Polung exakt andersrum an den Füßen und an den Händen. Innenkörper hingegen ist sie gleich. Da gibt es keine großen Unterschiede. Sei denn, ihr habt irgendwelche Schockerlebnisse, die dann einzelne Körperpartien abgetrennt haben, dann gibt es da unterschiedliche Polung. Aber das ist die gesunde Polung, die müsst ihr eigentlich hinkriegen. Und das heißt, bei Links- und bei Rechtshänder mit der Nordseite quasi nach oben streichen. Und immer absetzen, nicht so gut runterfahren, weil dann ist das für den Arsch. Sondern ihr müsst einfach immer wieder die Nordseite nach oben fahren und dann habt ihr das System polarisiert. Wenn ihr das anzieht, merkt ihr zum Beispiel folgenden Effekt. Ihr merkt sofort, dass wenn ihr draußen seid, wo es eigentlich sehr frisch ist, wird es warm. Eure Kleidung hält dann wirklich warm. Das heißt, wenn ihr eine Kleidung anhabt und ihr friert, dann könnte es an der Polarisation liegen. Dann solltet ihr einfach die Jacke mal entsprechend polarisieren. Das kann schon helfen. Es wäre derselbe Effekt, wie Wilhelm Reich ihn festgestellt hat in seinem Orgun-Akkumulator. Es wäre derselbe Effekt, wie unsere Vorfahren, die mit dem sogenannten Kamin gelebt haben und sich bei 18 Grad wohlgefühlt haben. Weil wenn die Zellen funktionieren, dann können sie als erstes und auch sichtbar Wärme generieren. Das ist nicht viel, aber ausreichend, um sich bei gleichen Temperaturen entweder röstend zu fühlen oder gut durchblutet zu fühlen. Und das heißt, wenn ihr das sowas macht, könnt ihr durch eure Kleidung euer Wohlbefinden erheblich steigern. Ich würde sogar behaupten, auch gesunden. Nächste Geschichte, euren Arbeitsplatz, da wo ihr drauf sitzt, guckt ihr mal, wie ist die Polarisation, wenn ich sitze und dann entsprechend beim Sitz müsst ihr natürlich dann zwei Seiten entsprechend behandeln. Die eine Seite mit dem rechten Bein, da muss halt die Südseite runtergehen auf dem Sitz. Wenn das jetzt der Sitz wäre, dann haben wir hier die Sitzfläche und dann gehe ich auf der einen Seite mit Pluspol runter, auf der anderen Seite mit Minuspol. Auf der Rückenlehne wird es sehr ähnlich sein. Das heißt, da ist zu vermuten, weil immer die Gegensätze richtig sind. Das heißt, wir machen auf der einen Seite Plus und auf der anderen Seite machen wir Minus. Das können wir nochmal im Detail, gerade bei den Seminaren, dann besprechen, wie das vielleicht sein könnte. Dazu müsste man das einfach nochmal muten dann auch. Das ist ja kein Problem. Aber ihr seht, wo die Reise hingeht. Wir haben hier eine riesen Möglichkeit. Und eins ist schön, dadurch, dass ich das jetzt erzähle, öffentlich mache, ist dieses Verfahren nicht mehr patentierbar, weil es ist in der Öffentlichkeit gekommen und jeder kann es partizipieren. Weil ich halte Patente für den größten Schwindeln aller Zeiten, weil hier sozusagen Ideen blockiert werden. Sie können sie nicht weiterentwickeln. In dem Fall haben wir den Vorteil. Ich zeige euch das. Euch wird sofort ein paar Sachen einfallen, die mir nicht einfallen. Ihr kommuniziert die mit mir und schon erweitert sich die Sache. So, wenn ihr, wir denken mal weiter. Wir haben eine Pflanze. Ja, die Pflanze steht bei uns im Blumentopf. Ja, jetzt nehmen wir die Nordpolung, gehen von der Erde unten nach oben und streichen die Pflanze jeden Morgen mit einem Magneten ab. Damit haben wir die Pflanze gepolt. Das ist so ähnlich, als ob ich eine Lakowski-Spule angehangen habe, bloß, dass morgens der Tag schon mal gepolt beginnt. Wenn ich das jeden Tag mache, garantiere ich euch, dass die Pflanze viel, viel besser wächst. Ja, jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Gartengerät und fahrt quasi über ein bestimmtes Beet in eine Richtung. Damit strukturiert ihr alles, was da drunter ist, nämlich polmäßig. Dadurch kriegt diese ganze Erde eine ganz andere Dynamik. Wir haben das beim verzinkten Eisendraht. Da wird im Grunde genommen dieser Effekt eigentlich statisch benutzt. Aber wir können ihn auch dynamisch benutzen, indem wir einfach sozusagen uns ein Gerät bauen und hier in eine Richtung streichen. Wichtig ist nicht hin und her, sondern Norden ansetzen. Zack, rüberziehen. Idealerweise auch von Norden nach Süd, weil das ist schon mal naturgegeben. Jegliche Störung im Boden würde damit behoben werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel früher Dünger verwendet habt oder irgendwelche Pestizide, die schon lange weg sind, haben sie trotzdem das innere Gefüge der Erde, das heißt die Polung einzelner Strukturen, verändert. Und solange die nicht in eine Richtung gehen, arbeiten die nicht miteinander zusammen. Und durch das einmalige Rüberstreichen mit großen Magneten, aber immer wieder sagt Ferit-Magneten, keine Neodym-Magneten, könnt ihr die Erde strukturieren. Die wird quasi gelöscht wie auf einer Kassette, ein Magnetband. Und dann geht alles wieder natürlicherweise von sich, strukturiert sich danach und wird halt besser wachsen. Diese Idee ist so groß, wenn ihr ein Holzbett habt, könnt ihr, wenn ihr euer Holzbett nicht nach der Polung gebaut habt, dieses Holzbett in der Polung sozusagen wieder in die richtige Form bringen. Rechts oder links rum streichen, das muss man nochmal genau ausarbeiten. Ihr könnt einzelne Gegenstände, zum Beispiel euren Schrank, wenn der im Raum steht und irgendwie eine schlechte Ausstrahlung hat, weil er gegensätzliche Polung hat, da hat keiner drauf geachtet, beim Zusammenleihen der ganzen Latten und sowas alles, könnt ihr den mit einem Magneten rüberstreichen. Und das ist eine geniale Methode, weil die erste geniale Methode, die wir gefunden haben, war durch Aufschlagen. Aber wir können nicht jeden Gegenstand beschlagen, schon gar nicht Lacke oder sowas alles. Aber hier können wir so ein paar Millimeter über den Gegenstand mit einem Magneten rüberstreichen und bringen den in die Polung mit demselben Effekt, den der hat, wenn der aufgeschlagen ist. Das ist total spannend. Es ist auch kein neues Wissen. Auch das ist altbekannt. Mir ist es halt klar geworden, als ich mich mit den Routen beschäftigt habe und wie man zum Beispiel die Polarität messen kann, indem man zum Beispiel Magneten nimmt, Batterien nimmt und dann halt zeige ich, mache ich nochmal ein extra Video dazu, wie man damit arbeitet, dass das die Polarisation bestimmen kann. Und da sind wir klar geworden, okay, dann habe ich das Experiment mit dem Blatt Papier gemacht und da war dann alles klar. Und das ist der Schlüssel für vieles, weil immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte und mir selber geht es ja auch so, wir haben unsere Häuser schon vorher gebaut. Das heißt, wir haben viele Sachen gemacht, die wir heute nicht mehr so machen würden. Wir würden zwar dieselben Materialien nehmen, aber wir würden darauf achten, wie sind die denn miteinander verbunden? Ist es jetzt ein Plus auf Plus oder ist es jetzt ein Plus auf Minus, Plus auf Minus? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kupferleitung durchs Haus gezogen habt und ihr habt da nicht drauf geachtet, dann geht doch mal diese Kupferleitung mit einem Magneten in eine Richtung komplett einmal durch, soweit wo ihr ankommt. Damit strukturiert ihr die so, wie sie sein muss. Und das Wasser, was da durchfließt, die Wärme, die da durchfließt, kriegt eine andere Qualität. Ihr werdet es merken. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.